Der jahrhundertelange Weg zur Entdeckung der Planeten und Monde war ein steiniger. Mühevolle Aufzeichnungen Nacht für Nacht, waghalsige Fernrohrkonstruktionen, ausgetüftelte Fototricks. Heute reisen Hightech-Sonden durch das Sonnensystem und liefern fantastische Bilder und Daten von unserer Sonne und den inneren Planeten. Erleben Sie die spannende Welt zwischen Mythos und Wissenschaft. Fühlen Sie unsere kosmische Heimat hautnah. Unsere Nachbarplaneten sind ebenso wie die Gasriesen unseres Sonnensystems einzigartig. Jeder eine faszinierende Welt für sich. Das Raumschiff Planetarium steht bereit für die Tour der Superlative. Planeten zwischen Feuer und Eis.